Hallo bitte draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ich habe hier einen spannenden Artikel, denn der Artikel dreht sich um eine Wahlheimat. Schweden schafft die Migrationswende. Mehr Menschen gehen als kommen. Zahl der Asylanträge so niedrig wie seit 1997 nicht mehr. Was macht denn das Schweden anders als hier? Schauen wir nochmal rein. Während hierzulande die Zuwanderung außer Kontrolle gerät und Abschiebung trotz gegenteiliger Ankündigungen nicht stattfinden, verzeichnet Schweden zum ersten Mal seit 50 Jahren eine Nettoabwanderung. Zwischen Januar und Mai dieses Jahres verließen wir Menschen das Land als zugewandert sind. Interessant. Prognosen der schwedischen Migrationsbehörde zufolge wird das Königreich in diesem Jahr die niedrigste Zahl von Asylbewerbern seit 1997 aufnehmen. Bis zur 30. Woche dieses Jahres wurden insgesamt 5600 Asylanträge registriert. Das sind 27% weniger als im Verneißzeitraum des Vorjahres. Vor allem in Syrien, Irak und Somalia Geborene verließen das Land. Der Strategiewechsel erfolgte bereits 2015 und damit zu der Zeit als Ex-Kanzlerin Angela Merkel mit ihrem Mantra »Wir schaffen das« in die Geschichte einging. Oh, ich hätte mir so viele böse Dinge wieder auf der Zunge, aber lassen wir das. Zu Worte Schweden, ähnlich wie Deutschland, eine exzessive Willkommenskultur betrieben. Im Jahr, der ganze Kletterer-Datsch kommt aus Schweden, falls es nicht wusstet. Das Ganze mit hier bereichern und Multikulti basiert unter anderem auf einer Politikerin, die halt gesagt hat, »Wir sind so langweilig, unbunt, wir müssen das verändern.« In Schweden hat es begonnen quasi, ja. Der ganze Wahnsinn. Und hier in den Großstädten Halligalli. Das ist ähnlich wie bei uns. Und bis vor kurzem dachte ich noch, hier wäre es noch schlimmer. Aber inzwischen haben wir durch Messerstöchereien, Macheten etc. so aufgeholt, dass ich mir nicht mehr sicher bin. Während es hierzulande bis heute an Schlossneid und Willen mangelt, die Situation zu ändern, schoben die damals regierenden schwedischen Sozialdemokraten Sozialdemokraten, das kannst du dir nicht auch vorstellen, oder? Die unkontrierten Einwanderung schon vor vor neun Ende Neun Ende Ich bin verwirrt, das muss auch ein Schreibfehler sein Also schon vor Ende 2015 einen Riegel vor. Die seit Herbst 2022 Regierende von den rechtnationalen Schwedendemokraten unterstützte Minderheitsregierung aus Moderaten, Christdemokraten, Liberalen tate Übriges. Die Bilanz, die Zahl der Migranten sank von rund 156.000 im Jahr 2015 auf knapp 9.000 im vergangenen Jahr. Hierzulande ist es umgekehrt. Leben 2010 zwischen Garmisch und Flensburg noch 30.000 Syrer, waren es 2016 bereits 618.000. Seitdem ist ihre Zahl laut Ausländerzentralregister Jahr für Jahr um rund 45.000 auf nunmehr 927.000 zum Ende des vergangenen Jahres gestiegen. Ja, sie werden halt massivst mit Geld gelockt, so muss man es hart sagen. Es ist eben die Anreizpolitik, die funktioniert. Und es ist gewollt. In diesen Zahlen sind noch nicht einmal die mehreren 10.000 Eingebürger enthalten. Mit Blick auf die Bevölkerungsgruppe der Afghanen lauten die Zahlen 50.000 2010, 253.000 Ende 2016 und 419.000 Ende 2023. Anders als von Bundesministerin Nancy Fraser kurz vor der Europawahl vollmundig verkündet, sind Abschiebungen tabu. Ich habe euch gleich gesagt, zur Nebelkerze, da ist doch nichts passiert. Es ist gewollt. Die wollen das so. Gut, vor dem Hintergrund massive Engpässe bei der Registrierung, Unterbringung und Versorgung der damals immer zahlreich ans Land kommenden Asylsuchenden habe Schweden 2015, 2016 verschiedene Maßnahmen eingeführt, konzertierte Migrationsforscher Bernd Parusel. Sie betrafen nicht zuletzt den Zugang zum schwedischen Territorium, stationäre Grenzkontrollen, die Förderung der freiwilligen Rückkehr und die konsequente Abschiebung abgelehnter Antragsteller. Zudem wurde Familiennachzug bis auf Härtefälle vollständig ausgesetzt. Moment, Förderung der freiwilligen Rückkehr? Das ist ja voll seltener. Das gibt es doch überhaupt nicht. Was machen die Schweden da? Das kann doch nicht sein. Schweden hat aufgehört, ein Asyleinwanderungsland zu sein. Die schwedische Ministerin für Migration, Maria Malmer Stenagart, von der Mitte-Rechtspartei Moderaterna, ja, wahrscheinlich wird es anders ausgesprochen, aber egal. Moderaterna? Na, wir machen auch rein. Ist ja auch egal. Spricht aus, was die linksgrünen Protagonisten bundesdeutscher Willkommenspolitik partout nicht verstehen wollen. Der Trend zu einer Einwanderung, die bewältigt werden kann, ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir die Integration verbessern wollen. Während hierzulande die Kommunen massiv überfordert sind und wohl auch bleiben werden, resümiert Stenagart, Schweden hat aufgehört, ein Asyleinwanderungsland zu sein. Ja, wie gesagt, bei uns ist viel Ideologie drin, wenig Realismus und auch Böswürdigkeit. Na, Deutschland verrecke, das spielt eben dabei immer eine Rolle und dieser anti-weiße Rassismus, ich sag's immer wieder, das ist Gewalt. Das ist kein Zufall. Fragt sich, wo die Auswanderer hingehen. Ihre einzigen Heimatländer, Syrien, Afghanistan oder Somalia, stehen vermutlich weit unten auf der Prioritätenliste. Ich kann mir schon denken, wo sie hingehen. Anbieten wird sich vor allem Deutschland. Nein, doch. Denn hier wird es weder unter einer linksgrünen noch unter einer CDU-geführten Regierung eine tiefgreifende Veränderung in der Migrationspolitik geben. Richtig. Deshalb sag ich immer, CDU wählen hat überhaupt keinen Sinn. Die Clowns von der CDU haben uns die Probleme erst eingebrockt. Das darf man nicht vergessen. Und jetzt tun sie so, als wären sie die Retter. Das ist völlig lächerlich. Ich sag nur 2015. Schließlich waren es gerade die Christdemokraten, die unter der Führung von Altkanzlerin Merkel die Tore zur Wohlfühlrepublik Deutschland geöffnet hatten. Ihr seht also, wenn man will, geht es. Das war es mit dem Artikel. Ja, genau. Wenn man will, geht es. Aber wir wollen halt nicht. Und da könnte man uns viel spekulieren, warum, wieso, weshalb. Wer da im Hintergrund die Fäden zieht. Ich sage nur, du kannst die Pakte lesen, Migrationspakte etc. Und wir setzen oben, was da drin steht. Und deshalb, Entschuldigung, sage ich halt immer, das ist keine Verschwörungstheorie, dass es geplant ist, weil es steht in Plänen drin oder in Pakten. Das heißt, ich trenne das so ein bisschen zwischen, es steht in einem Dokument drin, ist es also ein Plan. Und natürlich der Verschwörungstheorie-Idee der Planung. Also mit dunklen Mächten im Hintergrund ziehen die Fäden. Aber mindestens das eine kann man als sicher ansehen, weil man eben diese Dokumente nachlesen kann. Und alles darüber hinaus bleibt eurer Spekulationen überlassen. Ja, wäre schön, wenn Schweden so ein bisschen Einfluss auf Deutschland hätte, wenn Deutschland das auch so machen würde. Ich sehe das allerdings nicht, ehrlich gesagt. Es sei denn, alle Leute machen jetzt mal das Kreuzchen bei der blauen Partei. Ja, nicht, dass sie alles richtig machen würde, aber ich finde, die anderen haben jetzt schon lange genug rumprobiert, genug Zerstörungswerk angerichtet. Die Wirtschaft ist im Eimer. Die Umfolgung läuft. Von daher könnten ruhig mal die anderen ran. Aber wer jetzt halt noch sagt, ja, deshalb kann es ja auch nicht die AfD wählen. Ja, der hat es halt, glaube ich, nicht verstanden. Das war es von mir heute. Wenn ihr kritische Töne mögt, lasst bitte ein Abo da und verteilt das Video. Ich danke euch, kommentiert und auf bald.